Ich habe das Buch ausgewertet, Epstein, Dead Man, Tell No Tales. Und das Ganze auch nochmal abgeglichen mit dem Buch von The Camp über den Franklin-Skandal. Also die meisten werden das wohl schon mal gehört haben oder gesehen haben. Die Doku Conspiracy of Silence, das war also dann hier ein Pädoskandal in republikanischen Kreisen. Aber das ist ja weiter oben, dann eh wurscht welcher Partei du angehörst. Aber bei diesem Franklin-Cover-Up Omaha, Nebraska mit Lawrence King, da waren halt einige Leute in diesen Skandalen involviert. Einige Leute aus der republikanischen Partei. Und dann findet man saumäßig interessante Sachen, nicht nur in diesen neuen Büchern, wie eben Epstein, Dead Man, Tell No Tales. Sondern man findet auch noch super interessante Sachen in älteren Büchern, die man lange nicht mehr gelesen hat. Wie dieses Franklin-Buch von The Camp. Und dann gewisse parallelen Dinge, die ihm vorhin noch gar nicht aufgefallen sind. Und insbesondere Epstein, Dead Man, Tell No Tales ist wirklich ein herausragendes Buch, weil es ist saumäßig hardcore. Es schießt sowohl gegen die Clintons als auch gegen Trump. Und außerdem erwähnt Dead Man, Tell No Tales auch am Schluss noch die Recherchen von Whitney Webb, Mint Press News. Also noch mehr Hardcore geht fast nicht. Wobei Mint Press News irgendwie sehr, sehr soft ist gegenüber Russland. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall bei Dead Man, Tell No Tales. Also die untersuchen das auch in Bezug auf Geheimdienstverbindungen. Jetzt nicht nur israelische Geheimdienstverbindungen von diesem Epstein-Komplex, sondern halt eben dann auch CIA, Russen, Briten und so weiter und so fort. Wichtige Figuren aus diesem Komplott und aus diesem riesigen Netzwerk. Manche Figuren können natürlich auch für verschiedene Dienste gleichzeitig gearbeitet haben. Unter anderem hier Robert Maxwell, der Vater von Ghislaine oder Ghislaine Maxwell, die mit Epstein abgehangen ist. Also sehr, sehr gutes Buch. Und man sieht halt daran, es geht doch, es ist durchaus machbar, dass man tatsächlich dann ohne diese ideologische Brille auf oder ohne irgendwelche Manipulationen, dass man da einfach an so ein Thema rangeht und schaut, wo bringt mich die Recherche hin. Es wird immer fair behandelt. Also man kriegt jetzt hier keine unvorsichtigen Anschuldigungen gegen irgendwen in einem Buch. Aber man zeigt halt die Faktenlage auf und zeigt halt auf, wie schlecht das aussieht für diese jeweiligen Figuren. Und dass man da halt knallhart nachbohren muss. Also mit den Ermittlungen, mit allen Medien, mit allen Mitteln. Also es geht doch. Ja, das was fast niemand da draußen hinbekommt, das was niemand da draußen eigentlich hinbekommt, oder fast niemand, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, dass man hier so einen Fall aufdröselt. Also in Mint Press News schaffendes Autoren von Epstein, Deadman, Tell No Tales schaffendes. Und das Buch hat jetzt halt eben dann auch international Schlagzeilen bekommen in den Medien. Daily Mail und so weiter und so fort, weil halt eben dann auch nochmal die Geheimdienstebene beleuchtet wurde. Und anscheinend sind diese Autoren nicht abhängig von hier diesen üblichen Richtungen. Es funktionieren, wenn man es nur macht. Ja, dass man hier richtig, äh, richtig vorstellt, eben dann schaut, was ist da eigentlich los. Und, äh, und dann bin ich darauf gestoßen, äh, dann bin ich hier auf Folgendes gestoßen. Hätte mir auch längst auffallen sollen, aber, wie gesagt, manchmal, äh, verpasse ich da irgendwas. Und zwar habe ich das gepostet auf recenter.com. Oberster US-Richter Kavanaugh arbeitete früher für Jeffrey Epsteins Anwalt. Also, ähm, wir hatten ja seinerzeit die Berichterstattung, ich weiß gar nicht, wie viele Monate das jetzt hier ist. Brad Kavanaugh sollte in den Supreme Court einer der höchsten Richter des Landes werden. Und das ja auf Lebenszeit. Und dann, jedes Mal, wenn so jemand vorgeschlagen wird, nominiert wird, dann, äh, gibt's halt so ein Prozedere. Das heißt, die Democrats und andere können den dann halt befragen und ihn grillen wegen irgendwelchen Sachen aus der Vergangenheit. Und, weil dieser Kandidat, dieser Nominierte, muss ja erst bestätigt werden für den Posten im Supreme Court. Ähm, und dann kamen plötzlich diese Frauen und sagten dann, oder behaupteten dann, Kavanaugh, Kavanaugh sei damals schon im Studium an so einer Elite-Uni, ich glaube, es war sogar Yale. Kavanaugh sei so ein Alkoholiker gewesen und hätte dann Frauen vergewaltigt auf diesen Partys und zusammen mit anderen Männern. Ähm, und das Ganze hätte halt den systematischen Charakter gehabt, so wurde das halt irgendwie dann beschrieben. Ja, das heißt, so diese, äh, jungen Männer aus einflussreichen Kreisen, die konnten sich dann irgendwie rausnehmen und machen, was sie wollten. Und die Frauen hatten da irgendwie keine Chance, da irgendwas dagegen zu machen und, äh, wollten auch nicht die Aufmerksamkeit. Das ist für Frauen, äh, um es simpel zu formulieren, einfach scheiße. Ja, das heißt, ähm, ähm, wenn einer Frau was zustößt, über lange Zeit, dann, äh, dann spielten da so viele Faktoren gegen die Frauen, dass sie ja meistens einfach überhaupt nicht hier zur Polizei gingen. Und bei manchen Leuten bringt auch das zur Polizei gehen gar nichts. Oftmals sind ja die Täter schlau genug, dass dann keine richtigen Beweise existieren, dass Zeugenaussagen gegen Zeugenaussagen stehen. Ähm, äh, und ich will jetzt gar nicht auf diese tiefere Debatte eingehen über dieses, äh, Nebenthema. Klar gibt es auch falsche Anschuldigungen und so weiter, aber dafür hat man halt eben dann Profi-Ermittler und professionelle Medien und, und, ähm, ähm, du musst halt schon in der Lage sein, ja, Aussagen und so weiter und, und das Ganze halt, äh, einzuschätzen. Und auch der Autor von diesem Franklin-Cover-Up-Buch, äh, The Camp, der dann so richtig krass geforscht hat über, äh, Elitekreise und Pädophilie. Ähm, The Camp war ein Profi. Äh, Profi und er sagt dann auch klipp und klar in dem Buch, er hat auch schon Fälle behandelt, also jetzt abseits von diesem Megaskandal, er hat Fälle behandelt mit falschen Anschuldigungen. Äh, also falsche Pädophilie-Sex-Anschuldigungen. Ja, und er ist halt ein Profi, er kann das, er kann das beurteilen, ob eine Aussage glaubwürdig ist oder nicht. Vor allem, wenn dann mehrere Zeugen da sind, ob die sich dann, ähm, ob diese verschiedenen Zeugen wirklich das Gleiche beschreiben. Und, äh, und ich hab da dann schon gewarnt, Kavanaugh, seine, seine Verbindungen, irgendwie Yale und die Bushes und diese ganzen elitären Kreise, ich hab gesagt, das ist total gruselig. Also allein von diesen ganzen Connections her und seinen Karrieresprüngen durch die Bush-Familie, allein dadurch, hab ich gesagt, hab ich null Vertrauen in Kavanaugh, ähm, unabhängig, ob diese Frauen da jetzt Recht haben oder nicht mit den Anschuldigungen. Und, hab ich gesagt, der Typ ist ein totaler Insider, was soll der Scheiß, warum, warum, äh, steckt Trump oder warum macht Trump da wieder mal mit, so einen totalen Insider in den Supreme Court zu holen. Ich meine, es ist selten, dass ein Präsident zwei Leute in einer Amtszeit in den Supreme Court schicken kann, oder dazu beitragen kann. Bei Trump war es der Fall, zwei neue Richter für den Supreme Court. Und der erste wurde dann schon von der Heritage Foundation vorgeschlagen, also diese, dieses, dieses elitäre, ja, rechte Deep State, oder rechte armes Deep State Netzwerk, CIA und so weiter, Heritage Foundation. Das war dann dieser Gorsuch. Und dann haben wir uns Mords beschwert, ähm, aber diese, äh, Pseudo-alternativen, äh, diese Pseudo-alternativen Bullshit-Medien da draußen, die waren dann für Kavanaugh, haben den verteidigt, auch Infowars, Alex Jones, hatten Brett Kavanaugh verteidigt. Ähm, das fand ich da schon inakzeptabel. Und jetzt habe ich dann mit meinen Notizen, wo ich diese zwei Bücher halt eben dann ausgewertet habe, dieses neue und dieses alte. Franklin Case und halt jetzt der Epstein-Fall. Und dann, und dann schließt sich dann drauf, was, äh, Brett Kavanaugh, Brett Kavanaugh, der jetzt im obersten Gerichtshof landete, arbeitete früher für den Star-Anwalt Kenneth Starr, der wiederum Jeffrey Epstein vertrat vor Jahren. Also Kenneth, Kenneth Starr war, äh, Kenneth Starr war Epsteins Anwalt. Zusammen mit Dershowitz. Dershowitz, gegen den auch Anschuldigungen erhoben wurden von Frauen. Und, äh, auch Dershowitz hat Verbindungen zu Trump. Also noch in dem neuen Buch hier, Dead Men Tell No Tales, über den Epstein-Fall wird halt eben dann gesagt, als damals halt eben, also vor Jahren, äh, so lange ist es auch noch nicht her, als halt eben vor Jahren Jeffrey Epstein, äh, vertreten wurde, durch Dershowitz und durch, äh, Kenneth Starr. Äh, da, da hatten diese beiden Star-Anwälte, äh, Informationen, die sie eigentlich gar nicht hätten haben dürfen oder sollen. Also da, wo es beschrieben wird, ja, ist halt sehr auffällig, sehr interessant, dass halt dann, äh, hier die beiden, äh, Anwälte da Epstein schützen konnten, mit Informationen, die sie eigentlich gar nicht hätten haben sollen, ja, und. Ähm, und dann gab es auch Todesfälle. Also ein paar Leute in diesem Epstein-Fall, äh, mit heiklen Informationen, ein paar Leute, bekamen dann Blitzkrebs. Also innerhalb von wenigen Monaten bekamen die so einen unheilbaren, monströsen Krebs, äh, und starben da dran. Ich habe auch schon mal aufgedröselt, also über MK-Ultra oder halt über die, äh, oder was der Ostblock auch hatte. Es gibt also schon viel, viel länger, es gibt halt eben dann bestimmte Chemikalien, die man jemandem dafür abreichen kann. Industriechemikalien und so, und die erzeugen dann eben dann diesen unheilbaren Krebs innerhalb kürzester Zeit. Also, und, äh, die neurechten Medien wie Infowars schweigen jetzt irgendwie da über diese, diese ganzen Zusammenhänge, verteidigen Trump weiterhin, verteidigen Kavanaugh weiterhin. Ähm, und zudem stammt der Kavanaugh aus der Yale-Busch-Ecke. Und früher meinte halt Kavanaugh noch, ein Präsident, der eine Untersuchung des Kongresses blockiert, könnte durchaus des Amtes enthoben werden. Jetzt um der Trump denkt, äh, Kavanaugh das wahrscheinlich nicht mehr, oder sagt es zumindest nicht mehr. Äh, ob Trump jetzt im Weißen Haus sitzt, oder Jeb Bush oder Hillary Clinton, ist, äh, dementsprechend auch wurscht. Ähm, man hat dann zwar dem alternativen Medienpublikum eingehämmert, mit Hillary hätten wir jetzt schon den dritten Weltkrieg, Hillary hätten wir jetzt motzen Krieg, die Welt wäre untergegangen. Auch wenn, obwohl Hillary ja überhaupt einen Scheiß entscheiden kann, Hillary entscheidet nicht über Krieg und Frieden. Genauso wenig wie Trump über Krieg oder Frieden entscheidet. Lassen wir mal die, hier die Kuh im Dorf, ja. Und eigentlich müssten halt, eigentlich hätte Infowars von Anfang an, ähm, Infowars Alex Jones, die hätten das von Anfang an alles aufdröseln müssen, die haben ja wesentlich mehr Personal als wir. Äh, stattdessen war es halt dann, äh, Mint Press News, äh, Recenter, also wir. Oder jetzt die Autoren von Epstein, Dead Man, Tell No Tales, die halt da mal richtig, richtig nachgraben in Bezug auf Trump. Und zu wem der gehört, und dieses Netzwerk, und dieses ganze Epstein-Zeug, und Heaven All, und, 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 und. Also Mr. Star, ähm, Superanwalt Kenneth, Kenneth Star. Star machte große Karriere unter Ronald Reagan, George H.W. Bush, also Leute, die ja, oder, die ja auch immer wieder genannt wurden, in dem älteren Franklin Case, in diesem Omaha-Nebraska-Fall, pädophile Netzwerke, teilweise auch, äh, Callboy-Ringe, die bis ins Weiße Haus reinreichten und so. Also wurden auch, wurde auch, das das Ronald, das Weiße Haus unter Ronald Reagan genannt, und George Bush Senior, George H.W. Bush, wurde auch, ähm, explizit persönlich genannt. Ja, also, äh, Bush soll zugegen gewesen sein, laut manchen Zeugen, bei diesen Sex-Partys mit Minderjährigen. Und Mr. Star sollte ja eigentlich mithilfe von Kavanaugh, äh, vor Jahren, gegen die Clintons ermitteln. Ja, also das, da ging's auch um diesen, äh, diese Tötung, oder diese angebliche Selbsttötung, irgendwie, um den Todesfall von, ähm, diesem Vincent Foster, oder Forster. Also, einer der sogenannten Clinton-Morde. Aber herauskam halt nur, dass man Clinton einer Lüge in einer Aussage unter Eid zu einer Affäre überführte, also diese Lewinsky-Sache und so. Das heißt, weil Clinton halt gelogen hat über ein weniger wichtiges Thema, nur weil er in einer Deposition gelogen hat, über ein unwichtiges Thema, nur wegen dieser Lüge, äh, gab's dann das Amtsenthebungsverfahren so richtig, und deswegen ist er auch irgendwann einfach zurückgetreten. Wegen einer Lüge in einer Deposition. Das ist eine Impeachable Offense. Also, klar wollten, äh, klar wollte dieses Netzwerk mit Star und, ähm, also Star, Kavanaugh und diese ganzen, diese ganzen, äh, Typen, die durften natürlich nicht aufklären, was die Clintons alles gemacht hatten, weil wenn du die Clintons aufdröselst, landest du sofort bei der CIA, du landest sofort bei Iran-Contra, und dann bist du auch wieder bei den Republicans, und dann landest du auch bei diesen ganzen, äh, Sex-Netzwerken und so weiter und so fort. Also, und dann 2007 schloss sich Mr. Star, dem Rechtsteam an, dass, äh, Jeffrey Epstein verteidigt, der, der, der halt eben für die Vergewaltigung zahlreicher minderjähriger Schülerinnen beschuldigt wurde. Star sagte, er sei im Raum dabei gewesen, als der damalige US-Anwalt Alex Acosta den Deal abschloss, der Epstein eine extrem milde Strafe verschaffte. Star nannte Acosta, den späteren Arbeitsminister unter Trump, eine Person von völliger Integrität und fügte hinzu, dass alle zufrieden waren mit der Vereinbarung. Und Anfang 2019 entschied dann ein Bundesrichter, dass Staatsanwälte, weil sie das, weil sie diesen Deal nicht an Epstein-Opfer weitergegeben hatten, also die nicht informiert hatten, dass dabei gegen den Crime Victims Rights Act verstoßen wurde, dass den Opfern das Recht gibt, über halt bedeutende Ereignisse informiert zu werden. Acosta, Trumps spätere Arbeitsminister, trat dann Mitte 2019 zurück, wegen diesem Epstein-Skandal. Und dann hieß es eben dann so schwammig, schwurbelig hieß es dann von Acosta. Ja, mir wurde gesagt, also so in etwa wurde es formuliert, mir wurde gesagt, dass halt Epstein irgendwie zu zu einflussreich ist und dass Epstein mit Geheimdiensten zu tun hat und das sei halt total wichtig und deswegen dürfe man da nicht so richtig rangehen. also und dann Kavanaugh, der dann jetzt Kavanaugh, der Kavanaugh, der ganz eng gearbeitet hat mit Mr. Starr in der Vergangenheit, also mit Epsteins Anwalt, Kavanaugh, der unter Trump im Kavanaugh, der unter Trump im Supreme Court landete. Hier nochmal die Info, Ex-Präsident George W. Bush persönlich hatte telefoniert mit mehreren Senatoren, um deren Entscheidung zu beeinflussen, dass Kavanaugh in den Supreme Court darf. Also besonders eine Senatorin, die den Bushes nahesteht, gab den Ausschlag, Brett Kavanaugh zum Supreme Court zu bringen. Was, wenn die Bush-Klicke um die Geheimgesellschaft Skull & Bones tatsächlich Beweise in der Hand hält für vergangene kriminelle Handlungen von Kavanaugh? Nur mal rein theoretisch, man hätte ihn komplett in der Hand. Skull & Bones-Mitglieder landeten bereits mindestens zweimal im Supreme Court, Morrison, Wade und Potter-Stewart. Weitere Bones-Mann dienten in den obersten Gerichtshöfen verschiedener US-Bundesstaaten. Ab den 80er Jahren wissen wir mangels Quellenlage nicht mehr, wer sonst noch Mitglied war bei Bones. Kavanaugh ist offiziell nur Mitglied einer langweiligeren Studentenverbindung in Yale. Wenn Bones aber höhere konspirative Standards übernommen hat, dann könnte er durchaus ein Mitglied von Bones sein. Seine Nähe zu Bush, ein alteingesessener Clan in der Geschichte von Bones sollte stark darauf hin. Außerdem hängen die Yale-Geheimgesellschaft sowieso alle ein bisschen zusammen und Yale ist eh in der Hand von Scotland Bones. Also dann, der Versuch der Democrats, Kavanaugh nach Jahrzehnten drankriegen zu wollen, ja, wegen Vergewaltigung und so, ohne handfeste Beweise und wackelige Zeugenaussagen, ich meine, das ist eh super lange her. Der Versuch der Democrats war von Anfang an zum Scheitern verurteilt und die Konservativen ließen sich dann hochpeitschen zu einer Trotzreaktion, Hauptsache den Democrats 1 reinwürgen. Gewonnen hat niemand wirklich außer das Establishment, aber die Republicans und Fake-Bullshit-Alternativmedien wie Infowars verkauften das als Sieg, dass Kavanaugh in den Supreme Court durfte. Ja, und ich habe damals schon gesagt, wie viele Frauen und junge Leute werden jetzt dadurch wieder in die Hände der Democrats getrieben? Also es wurde als Sieg verkauft, dass Kavanaugh in den Supreme Court kam und ich habe gesagt, dass das hat extrem negative Folgen für die nächsten Jahrzehnte und hätte ich nochmal genauer hingeguckt, hätte ich das größer eben dann behandelt. Kavanaugh arbeitete ganz eng mit Kenneth Starr und Kenneth Starr war der Top-Verteidiger für Jeffrey Epstein. Kavanaugh diente als Staff Secretary im Executive Office von Präsident Bush, nachdem er mit der Nachzählung der manipulierten Wahlergebnisse im US-Bundesstaat Florida bei den Präsidentschaftswahlen 2000 beschäftigt war. Es gab damals weitläufigen Wahlbetrug und sehr verdächtige Vorgänge im Umfeld von Bush. Neben Kavanaugh holte sich die Bush-Kampagne für den Streit um die Nachzählung den ehemaligen Secretary of State und der Präsident Bush Senior James Baker sowie den Berater Roger Stone. Roger Stone sitzt jetzt im Knast auch wegen Lügen unter Eid. Roger Stone arbeitete für Infowars Alex Jones Roger Stone wollte unbedingt Trump ins Weiße Haus bringen und Roger Stone Roger Stones Mentor war der gleiche Roy Cohn der gleiche Roy Cohn der auch der Mentor war für Donald Trump und Roy Cohn wird sogar genannt Roy Cohn wird sogar genannt in dem alten Buch hier über den Franklin-Fall Omaha Nebraska Conspiracy of Silence diese eines der wichtigsten Aufklärungsbücher überhaupt also da bezieht man sich auf Aussagen von verschiedenen Leuten das leint dazu später noch mehr und wo halt eben dann Leute gesagt haben Roy Cohn sei nicht nur beteiligt gewesen an Sex Erpressungsoperationen gegen Leute sondern Cohn hätte auch noch die Cohn hätte auch noch die minderjährigen Jungs beschafft für diese Operation also das ist so dieser ganze Komplex Roger Stone Kavanaugh Cohn Trump ja da ist da gibt es so viel Informationen darüber da gibt es so viel Material da gibt es so viel Anlass da noch weiter zu bohren weiter zu forschen auch Ermittlungen zu machen aber die alternativen Medien geben sich da strunzblöd das heißt die behandeln diesen Epstein-Fall nur wenn man da irgendeinen Strick draus drehen kann gegen die Democrats oder für die Democrats wenn man das Ganze halt irgendwie als linksjüdische Verschwörung plakatieren kann ja obwohl die verschiedensten Leute drin involviert waren und Alex Jones Alex Jones hat sich dann eben also Alex Jones hat Roger Stone einen Job gegeben Alex Jones hat sich zum totalen Jones hat sich zum totalen Werkzeug machen lassen für für Donald Trump und Alex Jones prallte ja wiederholt damit dass seine Familie irgendwie so stark verbunden sei mit der CIA und mit hohen Militärs und so weiter und mit diesen rechten Kreisen klassischen rechten Kreisen in Amerika na dann gute Nacht und wir haben darauf hingewiesen die Wahl von 2000 also immer wieder darauf hingewiesen die Präsidentschaftswahl 2000 und 2004 wurden gefälscht von den Republicans die Democrats machten keinen richtigen Aufstand deswegen da sieht man mal wie fake die Wahlen sind wie fake das System ist und dann 2016 zugunsten der Republicans und zugunsten von Trump gab es noch einmal Wahlbetrug bei den Präsidentschaftswahlen mit den gleichen Methoden wie schon 2000 und 2004 und Greg Pallast hat lang und breit darüber aufgeklärt damals wie heute aber Infowars und Infowars interessierte sich plötzlich nicht mehr für die Arbeiten von Greg Pallast obwohl Greg Pallast früher ein Gast war regelmäßig bei Infowars äh dann Kavanaugh's Job unter Präsident Bush beinhaltete zudem die Auswahl von genehmen Richtern für bedeutende Gerichte in den USA äh als er noch Staatsanwalt war wurden ihm Unregelmäßigkeiten die Einschüchterung von Zeugen vorgeworfen bei einem verdächtigen Selbstmord des Pseudo-Selbstmord des Clinton-Beraters Vince Foster Vincent Foster war Bill Clintons Anwalt Berater im Weißen Haus soll sich selbst umgebracht haben soll kurz vor seinem Tod ein Telefongespräch mit Hillary geführt haben der Kongress wollte Informationen von ihm über Dokumente die Hillary nicht ausländigen wollte und 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 all die all diese Verbindungen da gibt es immer mehr und 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 mehr aber Donald Trump Donald Trump wird uns immer noch verkauft als die Rettung die Hoffnung von Infowars und den ganzen Nachplapperern die halt tolle Karriere machen wollen und so aber nie ein Buch in die Hand nehmen anscheinend oder halt nie wirklich was berichten was die Fans nicht hören wollen ähm also es wird immer gruseliger und gruseliger und gruseliger ähm und gerade die Rolle von Alex Jones wird immer suspekter und suspekter aber Leute versuchen immer noch das hinzurecht zu biegen uh Alex Benisch äh Alex Benisch mag Alex Jones nicht mehr wegen irgendwelchen unwichtigen Gründen dann kommen wir zu Dershowitz Jeffrey Epsteins ehemaliger Jeffrey Epsteins ehemaliger Anwalt Alan Dershowitz Dershowitz wird auch beschuldigt von Frauen die behaupten auch sie seien äh hätten Sex mit Dershowitz haben müssen als sie minderjährig waren Dershowitz Dershowitz sei natürlich er sei komplett unschuldig ähm und äh Dershowitz Dershowitz besuchte die Yale Law School war Chefredakteur des Yale Law Journal und schloss 1962 als erster in seiner Klasse mit einem Bachelor of Laws ab und an Yale hocken ja diese Geheimgesellschaften gerade Skull and Bones und Skull and Bones die wollen immer äh Skull and Bones die wollen immer Leute die halt clever sind aber auch gefährlich sind also äh und Skull and Bones die Geheimgesellschaft geht zurück auf das britische Imperium siehe auch die Familie von Prinz Andrew und ähm Skull and Bones brachte halt eben dann auch diese bürokratischen sichtbaren Geheimdienste wie den OSS und die CIA hervor äh es gibt mit Schabtei seit 1996 sogar eine hauptsächlich jüdische Studentenverbindung an Yale und äh es gibt ja so viele Mossad-Verbindungen von Epstein und ähm von Robert Maxwell und so weiter und so fort also alles super interessant und ähm Dershowitz Dershowitz ist halt super super äh suspect wegen seinen Verbindungen wegen Yale wegen diesen Connections super super suspect also mein anhand von den Fakten die wir schon kennen über verschiedene Leute wissen wir ja nach welchen Kriterien Leute da ausgewählt werden um ins Establishment reinzudürfen und ähm ja und wer ist jetzt der Justizminister unter Donald Trump naja William Barr William Barr hängt zusammen mit der CIA dessen Vater Donald Barr hing zusammen mit dem Geheimdienst OSS sind immer die gleichen Leute es sind immer die gleichen Kreise aber wir sollen glauben Donald Trump wird uns retten äh Donald Trump sei der Gute und äh das Establishment sei total überrascht gewesen dass Trump ins Weiße Haus kommt äh und das sei jetzt ein total schwerer Schlag gewesen für das Establishment dass Trump im Weißen Haus landete und so weiter und so weiter also Barr jetziger Justizminister Barr bremste in der Vergangenheit die Kongress Untersuchungsausschüsse von Pike und Church aus die ab 1975 die Operation der CIA durchleuchteten dazu auch dazu gehörten auch MKUltra dazu gehörten die Liebes- und Sexfallen der CIA gegen ausländische Diplomaten Barr wurde später Präsident Bush Seniors Justizminister derselbe Posten den er jetzt unter Trump ausübt darüber hinaus arbeitete Barrs Vater Donald Barr für den Vorläufer der CIA den OSS und rekrutierte einen jungen Jeffrey Epstein um an der Elite Schule Dalton zu unterrichten Das war der erste richtige gute Job den Jeffrey Epstein bekam durch Donald Barr Donald Barr dem diese hohe Schule da leitete Ein Jahr vor der Einstellung von Epstein veröffentlichte Donald Barr einen Science-Fiction Fantasy Roman über Sex Sklaverei Bemerkenswert ist, dass Donald Barr im selben Jahr Epstein einstellte als Lehrer als sein Sohn für die CIA arbeitete William Barr hat sich geweigert sich aus dem Fall Epstein zurückzuziehen obwohl diese Verbindungen existierten und er bei derselben Anwaltskanzlei gearbeitet hat die Epstein in der Vergangenheit vertreten hat Dershowitz ist ein Distinguished Senior Fellow beim neokonservativen GateStone Institut das vor wenigen Jahren noch angeführt wurde von dem Hardliner John Bolton inzwischen nationaler Sicherheitsberater für Trump Begründer und Präsidentin von GateStone ist Nina Rosenwald deren Familie auch großzügig spendet an Medienfiguren aus der sogenannten Neuen Rechten die Rosenwalds die Shilmans und die Mercers bauten die Stars auf der Neurechten Szene ist das nicht ist das nicht interessant dann ist das nicht interessant dann berühmt wurde Dershowitz für seine Strafrechtsprozesse mit Prominenten wie OJ Simpson Harvey Weinstein und Jeffrey Epstein und als als er als Dershowitz Epstein vertreten hatte da wurde auch dann ganz knallhart gesucht bei diesen Frauen die dann die Beschuldigungen äußerten wurde ganz krass gesucht nach irgendwelchen Sachen aus dem Leben dieser Frauen dass ich gegen sie verwenden ließe viele Frauen sagten auch sie seien bedroht worden durch wen auch immer nicht unbekannten ähm also dann kamen auch die Sexvorwürfe jetzt neuerdings Sexvorwürfe gegen Dershowitz also die verklagen sich auch gegenseitig ja Virginia Jufre oder Virginia Roberts die jetzt auch Prinz Andrew beschuldigt also Virginia Roberts und Dershowitz die sind da total im Kampf gegeneinander aber das Ding ist halt dass solche Frauen wie Virginia Roberts die haben wirklich wenig zu verlieren also ähm aber es gibt so viele Frauen also das ist jetzt nicht nur Roberts so viele Frauen ähm und nach dem Anschlägen vom 11. September 2001 veröffentlichte Dershowitz ein Artikel in der San Francisco Chronicle Zeitung mit dem Titel wollen sie foltern holen sie sich einen richterlichen Beschluss indem er sich für die Folterung von Terrorismus Verdächtigen einsetzte wenn es eine absolute Notwendigkeit gibt sofortige Informationen zu erhalten um Leben zu retten Dershowitz hat Donald Trump in Mar-a-Lago oder Mar-a-Lago getroffen und er aß mit ihm im Weißen Haus am Tag nach der FBI Razzia in Michael Cohens Büro er ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen vor allem bei Fox News wo er eine zuverlässige Stimme auf der Seite des Präsidenten gegen die Russiagate Untersuchung ist im April erschien Dershowitz neunmal in der Sendung Hannity also glauben sie bloß nicht wenn irgendwelche Dummschwätzer aus den sogenannten alternativen Medien wenn irgendwelche Dummschwätzer irgendwie dann behaupten nur die guten Leute seien irgendwie auf Seite von Trump und nur die guten Leute seien hier äußern sich hier gegen diese Russiagate Sache Dershowitz betont immer und immer wieder dass er nicht Trumps Anwalt sei er bietet dem Präsidenten keine direkte Rechtsberatung an hätte keine Gespräche unter dem Deckmantel des Anwaltsgeheimnisses aber seine öffentlichen Äußerungen die überall von Fox News bis zum Village Underground verbreitet wurden klingen wie ein Rechtsbeistand also es gibt eine gewisse ernstzunehmende Verbindung zwischen Dershowitz und Trump ups hören sie sowas auf diesen ganzen Drecksblocks da draußen auf diesen wertlosen Drecks YouTube Kanäle nein natürlich nicht natürlich nicht natürlich nicht also das neue Buch hier Epstein Deadman Tell No Tales total hart gegenüber den Clintons hart gegenüber Trump hart gegenüber alle anderen gegenüber verschiedenen Geheimdienste in dieses Buch flossen acht Jahre Arbeit mit rein sehr hoher Aufwand dann Whitney Webb Mint Press News die auch einiges dazu ausgegraben hat Whitney Webb die hat auch sicherlich lange gearbeitet an ihrer langen 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 ausführlichen artikel serie und dann gibt es auch international verschiedene leute die da immer mehr und mehr dazu forschen also wir von recenter sind jetzt sicherlich nicht die einzigen die da kritisch nachhaken und ähm und äh wir sind wir untersuchen alle verschiedenen Politiker gleich ob jetzt die Clintons oder Trump vollkommen egal oder die Bushes das ist vollkommen wurscht ähm also und die die russen äh die schlechten russen propagandisten da draußen Trump fans generell wollen keine richtige untersuchung Trump habe ja 2008 seine beziehung zu Epstein abgebrochen ihn von diesem Trump Club da ausgeschlossen also genau dann als es zu peinlich wurde mit Epstein assoziiert zu werden ja vorher party 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 mit Trump und Epstein gibt es auch Videomaterial davon aber es gibt auch einfach alle möglichen Daten die halt darauf hindeuten dass die mal richtig krass miteinander unterwegs waren Donald Trump und Jeffrey Epstein aber die russen propagandisten äh die russen propagandisten das eines fast schon das verlogenste pack abgesehen von den westlichen massenmedien äh dieses verlogene pack die stellen das wirklich so selektiv dar bringen wirklich nur so kleine fitzlern informationen die halt Trump in dem guten licht die halt Trump in dem möglichst gutes licht rücken also ja die hätten mal so ein bisschen was gemacht irgendwie so und dann sei Trump misstrauisch geworden und dann sei die beziehung beendet gewesen also das verhältnis beendet gewesen zwischen Trump und Epstein ha 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 also ein gewaltiger Komplex der beide Parteien verschiedene prominente Figuren beinhaltet ja ähm ich meine wenn nur eine Sache war wenn es nur einmal irgendeine Sache gab wo Trump irgendwas krasses gemacht hat Trump irgendwas krasses gemacht hat ja nur rein theoretisch stellen wir uns vor bei einer dieser zahllosen Sex Partys äh bei einer dieser zahllosen Sex Partys ähm sei jetzt Trump in in die Kiste gesprungen mit einem Mädchen und die war 17 ein halb also stellen wir uns mal diesen hypothetischen theoretischen Fall vor das würde bereits reichen um jemanden um ihn zu erpressen ein Vorfall in ein Vorfall aus zig Jahrzehnten würde reichen und sie wissen ja wie lang die Geschichte schon ist von Donald Trump und seinem Vater wie die dann immer in immer höhere Kreise gelangten und und sich halt dann schön stellten mit dem Establishment und sie wissen ja was notwendig ist um halt dann sich schön zu stellen mit dem Establishment und es ist einfach unprofessionell es ist unprofessionell und es ist unglaublich naiv Trump zu vertrauen und dann hier ein einfaches Argument das die These widerlegt dass hochrangige patriotische Militärs und Geheimdienstler in den USA hinter Trump stünden und Trump zum Präsidenten gemacht hätten um Amerika zu retten vor dem linken Deep State man hört ja nix mehr so richtig man hört den Begriff neue Weltordnung immer seltener es ist nur noch die Rede von linker Deep State linker Deep State also das ist dann diese Fantasievorstellung also diese Fantasievorstellung dass halt dieses Team hinter Trump stünde weil ich meine es ist auch der Dümmste müsste ja irgendwann begreifen dass Trump alleine ja nix ausrichten kann und deswegen hat man dann diese erweiterte Fantasievorstellung zusammengetackert dass halt so ein Hardcore Team aus Militärs und Geheimdienstlern patriotische hochrangige Leute dass die hinter Trump stehen würden und dass halt auch viele wichtige gute Patrioten jetzt bei der republikanischen Partei wären und dieses Netzwerk würde halt einen Krieg führen gegen den linken Deep State gegen die Democrats aber immer dann wenn wir mal nachgucken mit wem hatte Trump zu tun immer wieder stoßen wir auf dieses grässliche Netzwerk und außerdem erfahrene Militärs und Geheimdienstler hätten sich einen Präsidentschaftskandidaten rausgesucht der möglichst skandalfrei ist zumindest in der Öffentlichkeit jemand der auch bei Frauen und jungen Leuten gut ankommt jemand mit dem man leicht zusammenarbeiten kann und jemand der ein sehr guter Redner ist stattdessen soll ein skandalträchtiger alter Narzisst ausgesucht worden sein mit dem man nicht zusammenarbeiten kann der scharenweise Frauen und junge Leute abschreckt und der sich ständig um Kopf und Kragen redet also was für ein Blödsinn also niemand der niemand der bei Trost ist niemand der bei Trost ist kein Profi kein Profi hätte Trump hätte sich Trump rausgesucht hier für so eine Operation um Amerika zu retten und um den Kampf zu führen gegen den linken Deepsteak völlig ausgeschlossen und dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal